Arthur Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung Zweiter Band Die Ergänzungen zum zweiten Buch des ersten Bandes Eingelesen und mit Synopsen versehen von Volker Braumann Jede Woche hier auf YouTube ein Kapitel Oder schon jetzt komplett als Download erhältlich Der Link dazu findet sich bei näheren Informationen Zum zweiten Buch Kapitel 18 Von der Erkennbarkeit des Dinges an sich Zu diesem Buche, welches den eigentümlichsten und wichtigsten Schritt meiner Philosophie Nämlich den von Kant als unmöglich aufgegebenen Übergang von der Erscheinung zum Ding an sich enthält Habe ich die wesentlichste Ergänzung schon 1836 veröffentlicht Unter dem Titel Über den Willen in der Natur Man würde sehr irren Wenn man die fremden Aussprüche An welche ich dort meine Erläuterungen geknüpft habe Für den eigentlichen Stoff und Gegenstand Jener dem Umfang nach kleinen Dem Inhalt nach wichtigen Schrift halten wollte Vielmehr sind diese bloß der Anlass Von welchem ausgehend ich da selbst Jene Grundwahrheit meiner Lehre Mit so großer Deutlichkeit wie sonst nirgends Erörtert und bis zur empirischen Naturerkenntnis herabgeführt habe Und zwar ist dies am erschöpfendsten Was in jeder kleinen Schrift Gesagte den Hauptinhalt gegenwärtiger Ergänzungen ausmachen Wenn es nicht als ihnen vorangegangen ausgeschlossen bleiben müsste Wogegen ich es nun aber hier als bekannt voraussetze In dem sonst gerade das Beste fehlen würde Zunächst will ich jetzt Von einem allgemeinen Standpunkt aus Über den Sinn In welchem von einer Erkenntnis des Dinges an sich die Rede sein kann Und über die notwendige Beschränkung desselben Einige Betrachtungen voranschicken Was ist Erkenntnis Sie ist zunächst und wesentlich Vorstellung Was ist Vorstellung Ein sehr komplizierter physiologischer Vorgang im Gehirne eines Tieres Dessen Resultat das Bewusstsein eines Bildes eben da selbst ist Offenbar kann die Beziehung eines solchen Bildes Auf etwas von dem Tiere, in dessen Gehirn es dasteht Gänzlich verschieden ist Nur eine sehr mittelbare sein Dies ist vielleicht die einfachste und fasslichste Art Die tiefe Kluft zwischen dem Idealen und Realen aufzudecken Diese nämlich gehört zu den Dingen Deren man, wie der Bewegung der Erde Nicht unmittelbar inne wird Darum hatten die Alten sie Wie eben auch diese nicht bemerkt Hingegen Von Carthesius zuerst Einmal nachgewiesen Hat sie seitdem den Philosophen keine Ruhe gegönnt Nachdem aber zuletzt Kant Die völlige Diversität des Idealen und Realen Am allergründlichsten dargetan War es ein so kecker wie absurder Jedoch auf die Urteilskraft Des philosophischen Publikums in Deutschland Ganz richtig berechneter und daher vom glänzendem Erfolg gekrönte Versuch Durch auf angebliche intellektuale Anschauung sich berufende Machtsprüche Die absolute Identität beider behaupten zu wollen In Wahrheit hingegen ist ein subjektives und ein objektives Dasein Ein Sein für sich und ein Sein für andere Ein Bewusstsein des eigenen Selbst und dem Bewusstsein von anderen Dingen Uns unmittelbar gegeben Und beide sind es auf so grundverschiedene Weise Dass keine andere Verschiedenheit dieser gleichkommt Von sich weiß jeder unmittelbar Von allem anderen nur sehr mittelbar Dies ist die Tatsache Und das Problem Hingegen ob durch fernere Vorgänge im Inneren eines Gehirns Aus den darin entstandenen anschaulichen Vorstellungen Oder Bildern Allgemeinbegriffe abstrahiert werden Zum Beruf fernerer Kombinationen Wodurch das Erkennen ein vernünftiges wird Und nunmehr Denken heißt Dies ist hier nicht mehr das Wesentliche Sondern von untergeordneter Bedeutung Denn alle solche Begriffe Entlehnen ihren Inhalt allein aus der anschaulichen Vorstellung Welche daher Ur-Erkenntnis ist Und also bei Untersuchung des Verhältnisses Zwischen dem Idealen und dem Realen Allein in Betracht kommt Demnach zeugt es von gänzlicher Unkenntnis des Problems Oder ist wenigstens sehr ungeschickt Jenes Verhältnis bezeichnen zu wollen Als das Zwischensein und Denken Das Denken hat zunächst bloß zum Anschauen ein Verhältnis Das Anschauen aber hat eines zum Sein an sich des Angeschauten Und dieses Letztere ist das große Problem Welches uns hier beschäftigt Das empirische Sein hingegen, wie es vorliegt Ist nichts anderes als eben nur das Gegebensein in der Anschauung Dieser ihr Verhältnis zum Denken ist aber kein Rätsel Da die Begriffe, also der unmittelbare Stoff des Denkens Offenbar aus der Anschauung abstrahiert sind Woran kein vernünftiger Mensch zweifeln kann Beiläufig gesagt kann man, wie wichtig die Wahl der Ausdrücke In der Philosophie auch sei Daran sehen, dass jener umgerügte, ungeschickte Ausdruck Und das aus ihm entstandene Missverständnis Die Grundlage der ganzen hegelschen Afterphilosophie geworden ist Welche das deutsche Publikum 25 Jahre hindurch beschäftigt hat Wollte man nun aber sagen Die Anschauung ist schon die Erkenntnis des Dinges an sich Denn sie ist die Wirkung des außer uns Vorhandenen Und wie dies wirkt, so ist es Sein Wirken ist eben sein Sein So steht dem entgegen Erstens Dass das Gesetz der Kausalität Wie genugsam bewiesen Subjektiven Ursprungs ist So gut wie die Sinnesempfindung Von der die Anschauung ausgeht Zweitens Dass ebenfalls Zeit und Raum In denen das Objekt sich darstellt Subjektiven Ursprungs sind Und drittens Dass wenn das Sein des Objekts Eben in seinem Wirken besteht Dies besagt Dass es bloß in den Veränderungen Die es in anderen hervorbringt Besteht Mithin selbst und an sich Gar nichts ist Bloß von der Materie ist es wahr Wie ich im Text gesagt Und in der Abhandlung über den Satz vom Grunde Am Schlusse des Paragrafen 21 ausgeführt habe Dass ihr Sein in ihrem Wirken besteht Dass sie durch und durch nur Kausalität Also die objektiv angeschaute Kausalität selbst ist Daher ist sie aber eben auch nichts an sich Sondern ist Als Ingredient des angeschauten Objekts Ein bloßes Abstraktum Welches für sich allein In keiner Erfahrung gegeben werden kann Weiter unten wird sie In einem eigenen Kapitel Ausführlich betrachtet werden Das angeschaute Objekt aber muss Etwas an sich selbst sein Und nicht bloß etwas für andere Denn sonst wäre es schlechthin nur Vorstellung Und wir hätten einen absoluten Idealismus Der am Ende theoretischer Egoismus würde Bei welchem alle Realität wegfällt Und die Welt zum bloßen subjektiven Phantasma wird Wenn wir inzwischen Ohne weiter zu fragen Bei der Welt als Vorstellung Ganz und gar stehen bleiben So ist es freilich einerlei Ob ich die Objekte für Vorstellungen in meinem Kopfe Oder für ein in Zeit und Raum sich darstellende Erscheinungen erkläre Weil eben Zeit und Raum Selbst nur in meinem Kopfe sind In diesem Sinne ließe sich als dann eine Identität des Idealen und Realen Immerhin behaupten Jedoch wäre Nachdem Kant da gewesen Nichts Neues damit gesagt Überdies aber wäre dadurch Das Wesen der Dinge und der erscheinenden Welt Offenbar nicht erschöpft Sondern man stände damit noch immer erst Auf der idealen Seite Die reale Seite Muss etwas von der Welt als Vorstellung Totogenere Verschiedenes sein Nämlich das Was die Dinge an sich selbst sind Und diese gänzliche Diversität Des Idealen und Realen ist es Welche Kant am gründlichsten nachgewiesen hat Locke nämlich Hatte den Sinnen die Erkenntnis der Dinge Wie sie an sich sind Abgesprochen Kant aber Sprach sie auch dem anschauenden Verstande ab Unter welchem Namen ich hier das Was er die reine Sinnlichkeit nennt Und Das die empirische Anschauung Vermittelnde Gesetz der Kausalität Sofern es a priori gegeben ist Zusammenfasse Nicht nur haben beide Recht Sondern Auch ganz unmittelbar Lässt sich einsehen Dass ein Widerspruch In der Behauptung liegt Ein Ding werde erkannt Nach dem Was es an und für sich Das heißt Außer der Erkenntnis sei Denn jedes Erkennen ist Wie gesagt Wesentlich ein Vorstellen Aber Mein Vorstellen Eben weil es meines ist Kann niemals identisch sein Mit dem Wesen An sich des Dingens Außer mir Das an und für sich sein Jedes Dinges Muss notwendig Ein subjektives sein In der Vorstellung Eines Anderen hingegen Steht es ebenso notwendig Als ein objektives da Ein Unterschied Der nie ganz ausgeglichen werden kann Denn durch denselben Ist die ganze Art Seines Daseins Von Grund aus verändert Als objektives Setzt es ein fremdes Subjekt Als dessen Vorstellung Es existiert voraus Und es zudem Wie Kant nachgewiesen hat In Formen eingegangen Die seinem eigenen Wesen Fremd sind Weil sie eben Jenem fremden Subjekt Dessen Erkennen Erst durch dieselben Möglich wird Angehören Wenn ich In diese Betrachtung vertieft Etwann leblose Körper Von leicht übersehbarer Größe Und regelmäßiger Fasslicher Form anschaue Und nun versuche Dies räumliche Dasein In seinen drei Dimensionen Als das Sein an sich Folglich Als das den Dingen Subjektive Dasein Derselben aufzufassen So wird mir die Unmöglichkeit Der Sache geradezu fühlbar Indem ich jene objektiven Formen Nimmermehr als das den Dingen Subjektive Sein Denken kann Vielmehr mir unmittelbar bewusst werde Das, was ich da vorstelle Ein in meinem Gehirn Zustande gebrachtes Und nur für mich Als erkennendes Subjekt Existierendes Bild Welches nicht das Letzte Mithin subjektive Sein An sich Und für sich Auch nur dieser Leblosen Körper Ausmachen kann Andererseits aber Darf ich nicht annehmen Dass auch nur diese Leblosen Körper Und andererseits den empirischen Beleg Denn nicht etwa bloß die höchsten Produktionen der Natur Die lebenden Wesen Die lebenden Wesen Denn da müssten Denn da müssten wenigstens die einfacheren Auffassung der sich uns darstellenden Dinge Wesentlichen Wesentlich und hauptsächlich durch unser Erkenntnisvermögen bestimmt Und durch dessen und durch dessen Formen und durch dessen Formen und Funktionen bedingt ist So kann es nicht anders ausfallen Aber irgendein reales Nie über die Vorstellung Das heißt Die Erscheinung hinausgelangen Wird also bei der Außenseite der Dinge stehen bleiben Nie aber in ihr Inneres dringen und erforschen können Was sie an sich selbst Das heißt Für sich selbst Sein mögen So weit stimme ich mit Kant überein Nun aber habe ich Als Gegengewicht dieser Wahrheit Jene andere hervorgehoben Dass wir nicht bloß das erkennende Subjekt sind Sondern andererseits auch Selbst zu den zu erkennenden Wesen gehören Selbst das Ding an sich sind Dass mit hin zu jenem selbsteigenen und inneren Wesen der Dinge Bis zu welchem wir von außen nicht dringen können Uns ein Weg von innen offen steht Gleichsam ein unterirdischer Gang Eine geheime Verbindung Die uns wie durch Verrat Mit einem Male in die Festung versetzt Welche durch Angriff von außen zu nehmen unmöglich war Das Ding an sich Kann eben als solches Nur ganz unmittelbar ins Bewusstsein kommen Nämlich dadurch Dass es selbst sich seiner bewusst wird Es objektiv erkennen wollen Heißt etwas Widersprechendes verlangen Alles Objektive ist Vorstellung Mithin Erscheinung Ja Bloßes Gehirnphänomen Kann's Hauptresultat Lässt sich im Wesentlichen so resümieren Alle Begriffe Denen nicht eine Anschauung in Raum und Zeit Sprich sinnliche Anschauung Zum Grunde liegt Das heißt Also die nicht aus einer solchen Anschauung Geschöpft wurden Sind schlechterdings leer Das heißt Geben keine Erkenntnis Da nun aber die Anschauung nur Erscheinungen Nicht Dinge an sich liefern kann So haben wir auch von Dingen an sich Gar keine Erkenntnis Ich gebe dies von allem zu Nur nicht von der Erkenntnis Die jeder von seinem eigenen Wollen hat Diese ist wieder eine Anschauung Denn alle Anschauung ist räumlich Noch ist sie leer Vielmehr ist sie realer Als irgendeine andere Auch ist sie nicht a priori Wie die bloß formale Sondern ganz und gar A posteriori Daher eben wir sie auch Nicht im einzelnen Fall Antizipieren können Sondern hierbei oft Des Irrtums Über uns selbst Überführt werden In der Tat Ist unser Wollen Die einzige Gelegenheit Die wir haben Irgendeinen sich äußerlich Darstellenden Vorgang Zugleich aus seinem Inneren Zu verstehen Wird hin das Einzige Uns unmittelbar Bekannte Und nicht Wie alles Übrige Bloß in der Vorstellung Gegebene Hier also liegt das Datum Welches allein tauglich ist Der Schlüssel Zu allem Anderen Zu werden Oder wie ich gesagt habe Die einzige enge Pforte Zur Wahrheit Demzufolge müssen wir Die Natur verstehen lernen Aus uns selbst Nicht umgekehrt Uns selbst aus der Natur Das uns unmittelbar Bekannte Muss uns die Auslegung Zudem nur mittelbar Bekannten geben Nicht umgekehrt Versteht man etwa Das Fortrollen einer Kugel Auf erhaltenen Stoß gründlicher Als seine eigene Bewegung Auf ein wahrgenommenes Motiv Mancher mag es wähnen Aber ich sage Es ist umgekehrt Wir werden jedoch Zu der Einsicht gelangen Dass in den beiden Soeben erwähnten Vorgängen Das Wesentliche identisch ist Wie wohl so identisch Wie der tiefste Noch hörbare Ton der Harmonie Mit dem zehn Oktaven Höher liegenden Gleichnamigen derselbe ist Inzwischen ist wohl zu beachten Und ich habe es immer festgehalten Dass auch die innere Wahrnehmung Welche wir von unserem eigenen Willen haben Noch keineswegs Eine erschöpfende und adäquate Erkenntnis Des Dings an sich liefert Dies würde der Fall sein Wenn sie eine ganz unmittelbare wäre Weil sie nun aber dadurch vermittelt ist Dass der Wille Mit und mittelst Der Korporisation Sich auch einen Intellekt Zum Beruf seiner Beziehungen Zur Außenwelt schafft Und durch diesen nunmehr Im Selbstbewusstsein Dem notwendigen Widerspiel Der Außenwelt sich als Willen erkennt So ist diese Erkenntnis des Dings an sich Nicht vollkommen adäquat Zunächst ist sie an die Form der Vorstellung gebunden Ist Wahrnehmung Und zerfällt als solche In Subjekt und Objekt Denn auch im Selbstbewusstsein Ist das Ich nicht schlechthin einfach Sondern besteht aus einem Erkennenden Intellekt Und einem Erkannten Wille Jener wird nicht erkannt Und dieser ist nicht erkennend Wenngleich beide in das Bewusstsein eines Ich zusammenfließen Aber eben deshalb ist dieses Ich Sich nicht durch und durch intim Gleichsam durchleuchtet Sondern ist opak Und bleibt daher sich selbst ein Rätsel Also auch in der inneren Erkenntnis Findet noch ein Unterschied statt Zwischen dem Sein an sich ihres Objekts Und der Wahrnehmung desselben im erkennenden Subjekt Jedoch ist die innere Erkenntnis Von zwei Formen frei Welche der äußeren anhängen Nämlich von der des Raums Und von der alle Sinnesanschauung Vermittelnden Form der Kausalität Hingegen bleibt noch die Form der Zeit Wie auch die des Erkanntwerdens Und Erkennens überhaupt Demnach hat in dieser inneren Erkenntnis Das Ding an sich Seine Schleier zwar großenteils abgeworfen Tritt aber doch noch nicht ganz nackt auf Infolge der ihm noch anhängenden Form der Zeit Erkennt jeder seinen Willen Nur in dessen sukzessiven einzelnen Akten Nicht aber im Ganzen An und für sich Daher eben keiner Seinen Charakter a priori kennt Sondern ihn erst erfahrungsmäßig Und stets unvollkommen kennenlernt Aber dennoch ist die Wahrnehmung In der wir die Regungen und Akte Des eigenen Willens erkennen Bei weitem unmittelbarer als jede andere Sie ist der Punkt Wo das Ding an sich Am unmittelbarsten in die Erscheinung tritt Und in größter Nähe Vom erkennenden Subjekt beleuchtet wird Daher eben der also intim erkannte Vorgang Der Ausleger jedes anderen zu werden Einzig und allein geeignet ist Denn bei jedem Hervortreten eines Willensaktes Aus der dunklen Tiefe unseres Innern In das erkennende Bewusstsein Geschieht ein unmittelbarer Übergang Des außer der Zeit liegenden Dinges an sich In die Erscheinung Demnach ist zwar der Willensakt Nur die nächste und deutlichste Erscheinung Des Dings an sich Doch folgt hieraus Dass, wenn alle übrigen Erscheinungen Ebenso unmittelbar und innerlich Von uns erkannt werden könnten Wir sie für eben das ansprechen müssten Was der Wille in uns ist In diesem Sinne also lehre ich Dass das innere Wesen Eines jeden Dinges Wille ist Und nenne den Willen Das Ding an sich Hierdurch wird Kants Lehre Von der Unerkennbarkeit Des Dings an sich Dahin modifiziert Dass dasselbe nur nicht schlechthin Und von Grund aus erkennbar sei Dass jedoch die bei weitem Unmittelbarste seiner Erscheinungen Welche durch diese Unmittelbarkeit Sich von allen übrigen Todogenere unterscheidet Es für uns vertritt Und wir so nach Die ganze Welt der Erscheinungen Zurückzuführen haben Auf diejenige In welcher das Ding an sich In der allerleichtesten Verhüllung sich darstellt Und nur noch insofern Erscheinung bleibt Als mein Intellekt Der allein das Der Erkenntnisfähige ist Von mir als dem Wollenden Noch immer unterschieden bleibt Und auch die Erkenntnisform Der Zeit Selbst bei der inneren Perzeption Nicht ablegt Demzufolge lässt Auch nach diesem letzten Und äußersten Schritt Sich noch die Frage aufwerfen Was denn jener Wille Der sich in der Welt Und als die Welt darstellt Zuletzt schlechthin An sich selbst sei Das heißt Was er sei Ganz abgesehen davon Dass er sich als Wille darstellt Oder überhaupt erscheint Das heißt Überhaupt erkannt wird Diese Frage ist nie zu beantworten Weil Wie gesagt Das Erkanntwerden Selbst schon dem An-Sich-Sein Widerspricht Und jedes Erkannte Schon als solches Nur Erscheinung ist Aber die Möglichkeit Dieser Frage zeigt an Dass das Ding an sich Welches wir am unmittelbarsten Im Willen erkennen Ganz außerhalb Aller möglichen Erscheinungen Bestimmungen Eigenschaften Daseinsweisen haben mag Welche für uns schlechthin Unerkennbar und unfasslich sind Und welche eben dann Als das Wesen des Dinges An sich übrig bleiben Wann sich dieses Wie im vierten Buche Dargelegt wird Als Wille frei Aufgehoben hat Daher ganz aus der Erscheinung Herausgetreten Und für unsere Erkenntnis Das heißt Hinsichtlich der Welt Der Erscheinungen Ins leeren Nichts Übergegangen ist Wäre der Wille Das Ding an sich Schlechthin Und absolut So wäre auch Dieses Nichts Ein absolutes Statt dass es sich Eben dort Uns ausdrücklich Nur als ein relatives Ergibt Indem ich nun Darangehe die Sowohl in unserem Zweiten Buche Als auch in der Schrift Über den Willen in der Natur Gelieferte Begründung Der Lehre Dass in sämtlichen Erscheinungen Dieser Welt sich Auf verschiedenen Stufen Eben das Objektiviert Was in der Unmittelbarsten Erkenntnis Sich als Willekund gibt Noch durch einige Dahingehörige Betrachtungen Zu ergänzen Will ich damit anfangen Eine Reihe Psychologischer Tatsachen Vorzuführen Welche datun Das zunächst In unserem eigenen Bewusstsein Der Wille stets Als das Primäre Und Fundamentale Auftritt Und durchaus Den Vorrang behauptet Vor dem Intellekt Welcher sich dagegen Durchweg Als das Sekundäre Untergeordnete Und Bedingte Erweist Diese Nachweisung Ist umso nötiger Als alle mir Vorhergegangenen Philosophen Vom Ersten Bis zum Letzten Das eigentliche Wesen Oder den Kern Des Menschen In das Erkennende Bewusstsein setzen Und demnach Das Ich Oder bei vielen Dessen Transzendente Hypostase Genannt Seele Als zunächst Und wesentlich Erkennend Ja Denkend Und erst in Folge Gehie von sekundärer Und abgeleiteter Weise Als wollend Aufgefasst Und dargestellt Haben Dieser uralte Und ausnahmslose Grundirrtum Dieser enorme Erste falsche Schritt Und diese Fundamentale Verwechslung Von Grund Und Folge Ist Vor allen Dingen Zu beseitigen Und dagegen Die naturgemäße Beschaffenheit Der Sache Zum völlig Deutlichen Bewusstsein Zu bringen Da aber dieses Nach Jahrtausenden Des Philosophierens Hier zum ersten Male geschieht Wird einige Ausführlichkeit Dabei an ihrer Stelle sein Das auffallende Phänomen Das in diesem Grundwesentlichen Punkte Alle Philosophen Geirrt Ja Die Wahrheit Auf den Kopf Gestellt haben Möchte Zumal bei denen Der christlichen Jahrhunderte Zum Teil Daraus zu Erklären Seien Dass sie Sämtlich Die Absicht Hatten Den Menschen Als vom Tiere Möglichst weit Verschieden Darzustellen Dabei jedoch Dunkel fühlten Dass die Verschiedenheit Beider im Intellekt Liegt Nicht Im Willen Woraus ihnen Unbewusst Die Neigung Hervorging Den Intellekt Zum Wesentlichen Und zur Hauptsache Zu machen Ja Das Wollen Als eine bloße Funktion Des Intellekts Darzustellen Daher ist auch Der Begriff Einer Seele Nicht nur Wie durch die Kritik Der reinen Vernunft Fest steht Als transzendente Hypostase Unstatthaft Sondern Er wird zur Quelle Unheilbarer Irrtümer Dadurch Dass er In seiner Einfachen Substanz Eine unteilbare Einheit Der Erkenntnis Und des Willens Vorweg feststellt Deren Trennung Gerade der Weg Zur Wahrheit ist Jener Begriff Darf daher In der Philosophie Nicht mehr vorkommen Sondern ist Den deutschen Medizinern Und Physiologen Zu überlassen Welche Nachdem sie Skalpell Und Spatel Weggelegt haben Mit ihren Bei der Konfirmation Überkommenden Begriffen Zu philosophieren Unternehmen Sie mögen Allenfalls ihr Glück Damit in England Versuchen Die französischen Physiologen Und Zootomen Haben sich Bis vor kurzem Von jenem Vorwurf Durchaus Freigehalten Die nächste Allen jenen Philosophen Sehr unbequeme Folge ihres Gemeinschaftlichen Grundirrtums Ist diese Da im Tode Das Erkennen Wenn der Bewusstsein Bewusstsein Ohne Gehirn Aus diesem Dilemma Führt allein Meine Philosophie Als welche Zuerst Das eigentliche Wesen Des Menschen Nicht in das Bewusstsein Sondern Und wahren Das eigentliche Ist Kapitel 18 In Nutsche Jedes Erkennen Ist So Schopenhauer Lediglich Auf diesem Schopenhauer Sie ist Die einzige Gelegenheit Die wir nach Schopenhauer Sondern das Primäre Ist der Wille Und nur das Wollen Ist die einzige Enge Pforte Zur Wahrheit